ich glaube ich drehe durch schön radler hätte ich gerne im becher bitte schalzi so und damit moin mittag und abendetreißen und herzlich willkommen zurück zu pubg auf der xbox an diesem wunderschönen freitag mit dabei der vogelmann was hast du da ich schweige jetzt ich kann mit aussiehst du nicht anfangen das ist kein ostdeutscher dialekt das war einfach nur so 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 die stimme so so eigentlich hat sie haben wir hier von werner wenn er ist schon wieder nicht ganz so nicht mein freund ach ja da ist es vor allem wenn du das sehen könntest das radler das glas kommt gerade frisch aus dem gefrierschrank und dann und dann läuft und da hat sie so die perlen runter weißt du kennst du das ich kenne das nur ich kenne das nur auf dem richtigen bier nicht auf komischen ja das ist weißt du wenn man älter wird verträgt man nicht mehr so gut alles dann muss man halt auch mal auf dem radler um springen aber sowas frisches ich mittlerweile früher mochte ich gar kein radler diese ganze mix scheiße aber mittlerweile so zu angenehm weißt du was trinkst du abends stellt man sich ja doch immer die frage was trinkst du trinkst ein wasser oder trinkst ein bier oder trinkst eine cola hier ja nimmst du nimmst du nimmst du nimmst du radler hast du alles drin wir sind wieder auf der kleinen insel wir haben freitag freunde freunde das wochenende steht vor der tür da darf man auch mal hier was trinken das ist ja was harmloses jetzt kommt der hier macht stress passen die jetzt auf mich aufgeheizt oder was was sie sind mir fällt gerade ein wir wollten einige mal wieder versuchen eco perspektive zu spielen in dem spiel nach scheiße wir vergessen es jedes mal ja ein bisschen ein bisschen und da wollen wir gucken ob ich heute wieder so gut fliegen kann wie beim letzten mal ich bin ich bin ich ich habe weder eis noch bis zu einem mann das weiß den habe ich dir jetzt quasi geschenkt weißt du so wo wollen wir raus springen das war hier dann gedenkst du dass wir ausspringen jetzt gut das war ein kommando ja da so muss es laufen fliege ich richtig oder fliege ich schon drin vorbei und jetzt noch eins weiter das ist das da vorne hier vorne gleich wo ich unser fliege du fliegst glaube ich zu weit ja also bin ich doch zu weit okay ja weiß ich jetzt wo ich fliegen raus habe weißt du jetzt wo er fliegen kann jetzt will ich jetzt will ich auch erkunden jetzt will ich einfach ich will was erleben tier 1 man過 noch� gebrochen was red ihr Warum nehm ich denn Benzin mit? Du bist Toni. Es hat er so rumoxidiert, weißt du? Ich dachte, hey, Benzin. Ich schnappe uns gerade ein paar Visiere, ne? Also wenn du nachher was brauchst. Alles gut. Dann immer schrei. Oh, Rucksack Stufe 2 ist ja noch besser als Rucksack Stufe 1. War ja auch gerade. Nur Stufe 2 ist da. Mhm. Aber ich hab auch eine ganz bedrohliche Waffe schon, Vogelmann. Hände. Ich hab eine Sichel mit Rotpunktvisier. Das klingt sehr gefährlich. Mhm. Rucki zucki, sind die Köpfe ab. Ich hab eine AKM. Erst blende ich die mit meinem Rotpunktvisier, mit meinem Laser. Dann schreien die, oh, meine Augen. Und dann zack. Ist die rüber ab. Oder du rasierst die Haare und machst es wie bei Spongebob. Und dann sagen sie, meine Augen, meine Augen, meine Augen, ja, genau. Oh, Rucksack Stufe 3. Wenn ich jetzt noch Waffen finden würde, wäre ich schon glücklich. Bei mir liegt eine QBZ. Ah, hab gerade eine UMP bekommen. Ich hab zwei Waffen mit zwei Schreien. Und eine QBU. Das ist doch nicht schlecht. Das ist doch eine gute Mischung. Fernwaffen. So, dann mach ich kurz die Visiere, startklar. So, das Mal-Wi-4-mal-Mal-Wir-Visier. Das Mal-Wir-Visier. Mhm. Jetzt schmeißen wir es mal wieder ein bisschen weg, sonst regen sich die Leute wieder da draußen auf. Dass der Sonne schon wieder zu viel in seinem Rucksack drin hat. Ah, daran merkst du halt einfach, die Leute da draußen sind einfach keine Survivals, weißt du? Hier gehen immer alle nur mit ein Stück Todsbrot raus. Warum fährst du da? Alter, mach noch einen Unfall. Ich hab dich schon tot irgendwie in der Wand klatschen können. Das hab ich auch gerade tot gesehen. Ja, das ist das Thema, was du da ankamst. Ich hab dich schon irgendwo in der Ecke gesehen. So. Erstmal Pillen reinschmeißen auf den Schock. Was ist denn das eigentlich für ein Ding hier? Ist die gut? Die QBU? Ich hab die noch nicht so oft gespielt. Ah, okay. Ja, probieren wir es mal, ne? Ja, lass mal weiter. So, auf Dauerstellen. Äh, ich bräuchte halt noch ein bisschen Munition für die... Na, du weißt schon. Genau, für die. Die UMP. Komm ich gerade nicht drauf. Hab ich dir, glaube ich, Munition vorhin hingelegt. Echt, Schätze? Ja, ja. Ich hab draußen was abgelegt. Aber es war nicht viel, es waren nur 15 Schuss. Ja, gut, dann hab ich jetzt auch keinen Bock, da extra zurückzugehen. Ich hab ne gute Fernwaffe. Ich würd gerne mal... ...versuchen, heute mal aus der Ferne zu attackieren. Und ich merk grad, ich muss bei PUBG wieder lauter machen. Sonst hör ich nischt. Ich hör auch nischt. Was wär mal so schön. Ich möchte gern einmal, Vogelmann, dass wir beide hier oben lang spazieren. Und wir irgendwie viele aus der Ferne sehen, wo wir einfach mal hier im Gras liegen. Und gemeinsam einen nach dem anderen wegfetzen können. Wär das nicht schön? Wäre schön, aber wird nicht passieren. Ja. Du weißt ja, Träume sind Schäume. Hallo? Na, hier wohnt keiner mehr. Ah, nice. Guck mal, Nachbar hat uns entdeckt. Direkt auch für die noch die Munition, das läuft. Kann man da oben was sehen? Schöner Ausblick? Romantisch? Vielleicht mach mal mit meinem 6-fach Visier, guck ich mal. Was, mal 6 Visier? Ja, natürlich. Ich hab nur mal 4. Ein Griff, oder irgendwas, was Toni wieder vergessen hat, aufzuheben? Äh, von der Seite hab ich noch nicht gut. Da hab ich noch Magazin. Für? Ähm. AKM und sowas. Ja, gut. AR, DMR und 12K. Achso. Oh! Das warst du schon wieder, ne? Wui! Wow, 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 wow. Gefährlich, gefährlich, ja. Dam, ba, dam, bum, 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 bum. Äh, das braucht man nicht, den Krams. Oh, endlich mal was für den Kopf. Hier, OMP, bei mir. Wo ich komm. Komm, 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 komm. Hier, genau da, wo ich drauf springe. Hm, perfekt. Oh, da nehmen wir sogar noch die andere Munition, die ich brauche. Das ist ja, passt wie die Forst aus Auge. Aber ich glaube, dir reicht jetzt auch langsam, die eh, ne? Ja, das ist eigentlich, das geht schon klar. Zu viel vorballer ich eh nicht mit der Waffe. Da liegt ein Schalldämpfer für, äh, der MP, wer für den OMP, äh, gut. Nice. Na eigentlich, brüch' dich noch ein Schalldämpfer für, ähm. Ich hab' für die AKM, äh, hab' ich den jetzt nicht eingesammelt? Wo war'n der? Umzufangen. Ich schuße es, ich schuße es, ich schuße es. Hab' ich den Schalldämpfer jetzt automatisch drin gemacht? Ja, okay. Beschmutzung, Beschmutzung. Was denn? Oh. Das klingt hinter mir, hinter dem Berg. Ja, ja. Trude kommt doch ziemlich schnell gerade an. Na, ich geh' mal kurz hinter den Stein und beobachte die ganze Sache mal. Stein. Stein. Stein, mein Freund. Wir müssen weiter, lass mal weitergehen. Wir gehen, wir haben nur zwei Minuten. Ja, aber. Wir müssen zur nächsten Zone, wir müssen laufen. Wir müssen bloß die kleine Map. Mann, ey. Das ist auch schon schon. Alles kacki hier. Da will man mal lauern und dann darf man nicht lauern. Komm schon, hier muss ja irgendwo was rumrennen. Na toll, voll durch die Bombenzone. Dein Ernst? Ne, das lohnt sich nicht, Alter. Wenn ich jetzt sterbe, ja, wollte eine kackigen fucking Bombe auf mich drauf kommen. Wann sind wir mal durch eine Bombe gestorben? Das hatte ich schon. Das Vergnügen. Ich weiß, der Iceman auch einmal. Das wird uns nicht passieren. Lass uns aber nicht beide Gleitsrichter laufen, so stellen wir beide auf einen Haufen. Ach ja, schön, ne? Oh, der war knapp. Oh ja. Der war direkt neben dir. Aber nur neben dir. Warte mal, sei mal leise. Ach so, das ist das Flugzeug. Das muss ich auch so sagen können. Ich dachte gerade, da kommt ein Fahrzeug noch. Steun. Dann gucken wir auf deinen Steun. Amnias! 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 Bitte sag mir nicht, dass es ein Versuch war, den König der Löwen-Soundtrack zu emisieren. Bitte sag mir das nicht. Es war wahrscheinlich die Bollywood-Version, kann das sein? Ja, es war arabisch. War arabisch in der... Okay, so. Was treibt man jetzt hier? Vorsicht vor uns, den Feinde! Hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Scheiße, scheiße, ich bleib's gesehen. Hasten? Nein. Nein? Ist schlecht, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Scheiße. Scheiße, ich bin down. Kacke. Du hättest von der anderen Seite kommen müssen, den hättest du denn getötet. Ja, ich hatte nur noch ein bisschen Lebensenergie. Er kommt zu mir, er kommt zu mir. Er will mich töten. Warte, 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 warte. Schnell, schnell, schnell. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, beim Baum. Hier, genau hinterm Baum. Ah! Auch. Warum, warum höre ich überhaupt auf dich? Hätte ich dich doch einfach sterben lassen sollen. Nein. Naja, immerhin habe ich einen Kill gemacht. Aber man muss wirklich jetzt nochmal dazu sagen, auch nochmal, es ist ja jetzt erst das zweite Mal, seitdem wir nach den Updates spielen, das Treffer-Feedback ist wesentlich besser geworden. Ist es auch. Muss man jetzt wirklich nochmal dazu sagen, also. Gut. Dann würde ich sagen. Ach so, halt, nein. Noch nicht, Vogelmann, noch nicht. Wie? Wie, wie? Wir wollten, äh, ähm, Ego-Perspektive, Mann. Hm, 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 hm. So. Hat er das jetzt angewendet? Ja. Ich glaube schon. Oh nein, ja. Ich glaube schon, ja. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir halt auch einen Server finden, ne? Hast du schon noch bereit geklickt? Ja. Ja, mach ich jetzt. So, ich geh mal so lange pinkeln. Und teilt deine Zuschauer. Ciao. Ja, ja, mach ich, mach ich. Wir machen das jetzt erstmal ganz bequem da draußen, ne? Habt ihr euch auch was zu trinken geschnappt? Ach, ich sitze hier ganz bequem, Leute. Ich glaub das gar nicht. Die Füße nach oben. Stinken ein bisschen von der Arbeit ist auch nicht schlimm. Muss die Frau durch. Kann die besser schlafen. Ins Koma schlafen. Hahaha. Dann das gemütliche Bierchen. Ja, oder nennen wir es Brause mit ein bisschen Biergeschmack. Aber dafür ist es kalt. Das ist genau das richtige, Freunde, da draußen. Genau das Richtige. Und ich hoffe, ihr lasst euch jetzt einfach mal genauso gut gehen. Dann denkt dran, jetzt fängt das Wochenende an. Wenn das nix ist, wer ist denn der hier vor mir? Alter, der hat sich aber auf jeden Fall richtig gekleidet hier für das Wetter-Setting. Mein Freund. So. Wer ist das hier, Nero? Ne. Sieht sehr crazy aus. Wo ist der Vogelmann? Da ist der Vogelmann. Vogelmann kriegt ein Schneeball ins Gesicht. Oh, scheiße, jetzt treffe ich den noch nicht mal. Ah, jetzt, jetzt, schön ins Gesicht hier rein, den Schneeball. So, jetzt müssen wir hoffen, dass Vogelmann rechtzeitig kommt. Ich komme immer rechtzeitig. Ah, sehr schön. Das ist ein bisschen abartig, aber schon okay. So. Ja, guck mal. Lange war man nicht mehr auf der Map hier gewesen, ne? Ja, stimmt allerdings. Lass mal noch downtown Abbey. Ja, ich hatte gerade ungefähr dasselbe gedacht, dass wir so ein bisschen auf die Grenze gehen zwischen, weil dort haben wir halt keinen Schnee, ne? Und dort könnte man halt zur Not rumlaufen, ohne dass man Fußspuren sieht. Nehmen wir so nicht so einen großen Rundumblick, die ganzen Gegner. Ja, ich bin echt gespannt, also Ego-Schüler liegen mir immer ein bisschen mehr. So, raus. Mehr, oh. Achso, bist du raus? Okay. Schafft man doch. Jetzt hast du fliegen ja raus. Ah, jetzt fliege ich wie ein Engel. Fast. Oh Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ich bin ein Gefallener. Slutsiefer. Oh, das sieht ganz gut aus hier. Ich habe mich fein in der Nähe. Ich habe es recht gut anvisiert gehabt und jetzt läuft es ganz gut. Ich glaube, ich lande in der Mitte des Klosters. Oh, ohne Idee. Da direkt rein zu machen, ne? Ich check mal kurz die Lage im Dörfchen. Oh, so ungewohnt auf jeden Fall, Ego. Du bist Ego? Ich bin gar nicht Ego. Jetzt bin ich Ego. Du bist schon immer ein Ego gewesen. Steil vor Lage. Aber so ungewohnt, oder? Lustig. Man denkt gleich wieder, man spielt irgendwie ein komplett anderes Spiel. Oh, Nachladen-Animation. Ach, hier kommt. Ich nehme das jetzt auch mit, hier, den Billigkram. Ist mir jetzt egal. Tausche ich dann hier wieder weg, die Waffe. Toil, das sehe ich auch nicht, was ich anhabe. Uh, Molotov. Dankeschön. Massletov! Was, Massletov? Mit dir los. Ja. Hm, Benzin. Oh, nein. Ein Helmstufe 3, dass ich das noch erleben darf. Alter, wir sind noch 18 Stück am Leben. Was? Was ist denn jetzt passiert? Fugelmann, das ist jetzt eine Steilvorlage. Du weißt, jetzt müssen wir erster werden. Schaffen wir das, liebe Leute, schaffen wir das. Das war die Frage. Ich mag das ja auch so bezweifeln. Ach so, ich hatte eine Stufe 2 schon auf. Na ja, gut. Ey, ich habe jetzt eine Stufe 3 Helm, nur eine Stufe 3 Wächter. Ey, wenn das jetzt nichts wird, lieber Toni. Also, ich bin das erste Mal wieder mit Helm unterwegs, Alter. Ja, war aber auch klar, ne? Ich meine, hier ist ja auch Helmpflicht. Du musst ja nicht aufpassen. Aber lohnt es sich auch hier draußen so ein bisschen rumzulaufen, ne? Was haben wir denn hier noch? Den Kompensator. Ey, Kompensator nehmen wir noch mit. Den tauschen wir dir. Ne, das tauschen wir mal. Was willst du mit dem Ding denn kompensieren? Weiß ich auch noch nicht. Das fähre ich auch noch nicht. So. Habe ich jetzt zweimal dieselbe Waffe, Idiot? Ja. Habe ich. S-W-R. Habe ich jetzt die Waffe, die ich hier aufgerüstet habe, weggeschmissen? Statt die andere? Wahrscheinlich habe ich das. So. Mann, Mann, Mann. Das ist auf jeden Fall lustig bei mir. Noch 18 am Leben. Nach wie vor. Sind wir denn überhaupt im Kreis? Ich habe noch gleich geguckt. Ja, ne? Ja, perfekt. Guck mal. Dauntor Abby. Aber perfekt erwischt. Mega. Mega, mega, mega. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Da ist noch ein Molotow. Nehmen wir auch noch mit. Oh, vertikale Handgriff. Und du, warst du fleißig betend da drin? Ja. Das freut mich. Mittlerweile kennen wir uns schon. Ja. Deine Rauchgranaten. Deine Rauchgranaten. Die bringen auch nichts mehr. Aber, aber ich muss zugeben, die hast du relativ weit geworfen. Ich dachte, ich wollte mal den Anschein erwecken. Naja, du hast halt gezeigt, was dein starker Arm ist, ne? Wenn man leider nur einsam ist, dann wächst da schon einiges hin aus. Warte mal, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Bleib mal kurz stehen. Ja, warte. Warte mal. Dreh dich nochmal um. Okay, dann war das jetzt nur reiner Zufall, dann lacht er gerade was an der Kiste. Vor einem Moment habe ich echt gedacht, ich könnte dir im Rucksack greifen. Übrigens eine Funktion, die ich glaube ich eher sogar begrüßen würde. Im Rucksack greifen? Naja, nö. Ich komme mir zu, ich bleib mal rein. Okay. Nö, du weißt doch, wie es immer so ist. Statt jemandem hier, äh, was rauszugeben, was brauchst du, dieses dumme Nachfragen, dann irgendwo unter der Deckung und der eine greift den anderen in den Rucksack und guckt halt selber, was er sich nehmen möchte. Wäre doch vollkommen in Ordnung. Ich meine, ja, bei uns wäre die Funktion scheiße, weil wir würden uns gegenseitig leer looten, aber grundprinzipiell für, 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 für richtige Teams. Ich glaube, die mag ich wechseln. Ähm, ich brauche jetzt ein bisschen 5, 5, 6er Munition. Muss kurz überführen. Okay. So, wenn du, oh, da habe ich noch ein bisschen Munition. Da hat man noch ein bisschen Munition. Und das war die falsche Munition. Und alle schreiben jetzt wieder, drück doch einfach Start und loote anders. Genau. Aber der Sonnetschi ist stur. Der ist einfach stur, der, alter. Äh, hier ist eine AKM, falls du brauchst, oder haben möchtest. Ne? Den Stufe 3 Helm, den willst du auch nicht haben, oder? Stufe 3? Ja. Den, den hole ich mir. Den brauche ich. Ich bin hier. Da liegt er. Veräppelt, veräppelt, veräppelt. Wuuu. Hahahaha. Hahahaha. So. Haben wir das jetzt auch gemacht? Alle glücklich da draußen. Die sind aber ganz schön laut, ne? Muss ich mal noch zusagen. Äh, 9mm schmeiße ich jetzt raus. Was denn? Ja, habe ich eh genug gefallen. Okay. Aber du hattest gerade noch so ein Oh gesagt. Galt, dass irgendwas in der Bewandten ist, oder? Was habe ich jetzt nochmal gesagt? Ich habe es vergessen. Nämlich einen Zusammenhang. Okay. Dann ist ja gut. Halber Griff. Brostenheim Griff. Ne. Gut. Ach, Quatsch. Warum schmeiße ich den jetzt an? Genau das Falsche weg. No und Depp. Johnny Depp, 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 Johnny Depp. Das war so klar. Hä? Äh, brauchst du die... Sag mal, habe ich schon wieder die andere Waffe weggeschmissen? Oh, nö. Wir sind noch im Kreis, ne? Alter, das fällt mir jetzt auf. Ich denke mir schon die ganze Zeit bei den Icon. Wie ist das denn das Icon von der anderen gerade? Ey, kann da wohl nicht wahr sein. Habe ich die wieder aus irgendeinem Dunst weggeschmissen? So. Er und sein Klamauk hier wieder. Äh, hast du irgendwie noch was, was ich bräuchten könnte an Aufsätze für... Für das G3? Nö, nee. Gar nichts. Gar nichts. So, wirklich, gar nichts. Hm. Hm, Fockballer nicht deine Medition, mein Freund. Fockballer. Nein, ich hab genug. 7,62 brauchst du nicht, ne? Nö, ne. Na gut. Ja gut, dann haben wir die Sachen, lass uns mal ein bisschen weiterziehen, oder? Nicht mal mal hier im Punkt. Wie ist das Sichtfeld? Gut, okay, so wie ein normaler Kopffeld ist. Nein, Exorciste. Warte mal, ein bisschen was von meinem Bierchen trinken hier. Bist du uns noch kalt? Nee. Warm. Warm wird das. Nicht galt. Hä? Wo, ihr Mann? Wir werden beschossen. Hast du ne Ahnung? Ich hab... Ah, von hinten, glaub ich, oder? Oh, aua. Voll in den Arsch bekommen. Von wo? Von wo schießen die Idioten? Wir müssen in die City hier rein. Ja, 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 rennen, 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 rennen. Wenn die Granaten haben, haben wir aber auch das Problem, ne? Ja. Ich geh in das Haus, da können wir wenigstens nach oben gehen. Ja, ja, ich komm mit. Lass die Tür offen, ne? Ich mach dann zu. Oh, Stufe 3 bist du. Bingo. So. Okay, ab nach oben. Wo ist die Tür nach oben, hier? Hier? Ja. Dö, 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 dö. Oh, na. Na, guck mal nach, weil wir empfehlen. So, hier. Okay. Hier ist nur ne Rauchgranate, die nehm ich auch nochmal mit. Verband. Ich heil mich mal kurz, ne? Auch das. Hey, ich brauche Aufsätze, Vogelmann, ne? Das ist echt nicht mehr lustig. Siehst du was am Fenster? Da hinten sehe ich sie. Auf 295. Rennen weiter runter Richtung 305. Hinten nach dem Berg, weiter runter. Na, warte, ich warte auf die Gelegenheit. Ne, der rennt weg. Da, ach, da oben ist ja noch einer. Okay, den hab ich nie gesehen. Haben getroffen. Gut. Bin gleich wieder da. Hast du noch um Sicht oder so weiter gerannt? Ich seh ihn noch. Du siehst noch, ja? Ne, jetzt nicht mehr. Du geworfen? Ja. Zur Ablenkung. Okay. Ich versuch's hier eigentlich gerade von hinten aufs Korn zu nehmen, also Stück für Stück. Kann natürlich aber auch passieren, dass ich in dem Fall in die Arme renne, ne? Das kann auch passieren, ja. Und wenn die da runtergelaufen sind, hab ich ein Problem und dann nach oben gucken. Dann stehe ich jetzt gerade voll im Schuss. BAM! Nummer eins ist tot. Scheiße, hier ist noch einer. Komm mal. Buche, Mann, Buche, Mann, bei mir. Scheiße. Bei mir. Warte, ich komm mal, ich bei mich. Bei mir. Ich bin gleich tot. Aber ich hab einen umgebracht. Hier, der kommt jetzt um die Ecke. Der kommt jetzt um die Ecke. Okay, versuch's, den umzubringen, oder? Ich renne jetzt hierher und du heilst mich erstmal. Dann können wir den zu zweit holen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, der kommt von hinten. Da, wo ich gerade langlaufe. An der Mauer. Ich bin tot. Das sind mehrere, Alter. Ach, das sind mehrere? Ja. Dann geh ins Gebäude rein, genau. Ich hab übrigens einen Erfolg gekriegt. Hab ich gehört. Hab ich gehört. Na, egal, ich hab noch einen getötet. Ich hab heute zwei getötet, also. Wenn das nix ist. Bleib, bleib noch, bleib noch drinne, wirklich, ne? Da liegen auch noch ein paar Pillen, ne? Achtung, du kriegst Versuch. Oh, das ist direkt. Das ist ärgerlich. Ich hatte ja noch Granaten gehabt, ne? Hast du nur diese Tür? Ne, auch auf der anderen Seite. Scheiße. Aber es war so lustig, wie ich genau geahnt hab, dass die mir entgegenlaufen. Scheiße. Ja. Der hat aufgewartet. Ja, ja, das war nicht, war auch, glaube ich, die beste Idee, jetzt gleich direkt raus ran. Ja, ja, aber der Kreis wäre ja sonst gekommen und dann wäre es nie rausgelaufen, dann wäre ich eh abgeschossen worden. Egal. Liebe Freunde da draußen, ich hoffe, das war mal wieder ein bisschen was für euch. Es gab es heute zumindestens Kills und Spannung war auch da, auch wenn es jeweils zwei kurze Runden waren, relativ. Und wir hatten heute mal schon die Eko-Perspektive dabei. Und wenn ihr mehr Eko-Perspektive sehen wollt, dann schreibt sie natürlich auch bitte in die Kommentare. Ich persönlich mag das eigentlich auch mal sehr gerne als Abwechslung. Ja, ich auch. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder zu PUBG auf der Xbox One X. Und dann, wie immer, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, wie immer an den Vogelmann. Bis dahin, haut rein, euer Sonnetschi und natürlich auch der... Pee-Pee-Vogelmann. Oh, Pee-Pee, was lange nicht mehr davor gesagt. Na, das wollte ich gerade sagen. Ja, das ist schon, das ist schon Highlight heute. Schönes Wochenende euch. Und denkt dran. Prost. Ja. 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 Ja.